Die neue Ausrüstung ist ja auch sehr nützlich für uns. So, jetzt packe ich mal hier ein paar Heiltränke ins Lager. Denn wir brauchen die jetzt nicht mehr. Kann ich dann, ups, den mal anlegen. Jetzt haben wir erstmal Glatze. Seht ihr, Magie 10. Okay, gerade konnten wir den noch anlegen. Wie komisch. So, dann haben wir das hier auch angelegt. Dann packe ich das ins Lager. Und ich kann ja mal ein paar Ringe mitholen, aber Ringe haben wir eigentlich schon genug. Ringe, sowas wie Magie finden oder anderweitige Sachen, brauchen wir nicht. Aber hier brauchen wir, also bei dem Helm und bei dem Estock brauchen wir Magie. Wir mussten also irgendwas finden, was uns Magie gibt. Und jetzt irgendwelche Gutsteiger, also hier Stufe 11. Oh Mist, das haben wir nicht gerade eben hatten müssen. Das Midas Ring. Da haben wir auch noch nicht sehr viel von dem Midas Set. Und ja, wir brauchen hier die 10 und hier die 11. Wenn ich das aufsetze, habe ich das. Ja, da ist also ein Stein. Ich glaube ich... Moment. Ich glaube, wir könnten ja durch die beiden Steine rausbrechen. Und die dann auf andere Ausrüstungsgegenstände tun. Das mache ich jetzt mal. Mit Glatzer renne ich ja einfach mal durch die Kante. So, wer war denn das jetzt? Umwandler war es nicht? Gorm? Zerstört. Gegenstände. Um Edelsteine daraus zu gründen. Okay, zurückgegangen. Dann verwenden Sie nicht meine Zeit. Ach, der Gegenstand wurde zerstört. Tiefenblutstein, Geschicklichkeit und Schaden. Das packe ich mal hier drauf. Und den... Oh. Können wir ja mal ein neues... Sockelplätzchen für uns machen. Sie haben kein Glück. Auf Wiedersehen. Ich habe kein Glück. Oh, schade. Glück, eine neue Verzauberung. Ich brauche aber einen Sockel. Ah. Vier Prozent. Mist. Das Glück ist Ihnen Holz. Ich brauche aber... ... einen Sockel. Sechs Prozent. Das Glück ist Ihnen Holz. Ja, das ist schön fürs Glück. Ich bleibe jetzt hier. Ich... Sie haben kein Glück. Ich will nur einen blöden... ... Sockel kriegen. Was kann ich denn dafür mal opfern? Oh, nee. Ah, auf Geschicklichkeit. Attribut Magie 2. Cool. Das baue ich dann mal irgendwo ein. Aber es muss doch irgendwo einen Sockel geben. Wir müssen doch irgendwo einen Sockel herkriegen... ... bei irgendeinem unserer Ausrüstungsgegenstände. Brauchen Sie etwas? Die Drachen-Schuppen-Stülpen... ... die sind jetzt auch langsam so weit verzaubert, dass ich sagen kann... Das Glück ist Ihnen Holz. Es lohnt sich nicht. Und... Oh, toll. Gerade jetzt, wo wir zaubern, haben wir Glück. Und wir können das Zeug anlegen. Ja, einen neuen Helm. Wie wunderbar. Und den können wir dann... Ach nein, da ist gar kein Sockel. Verdammt. Machen kann ich für Sie. Aber gleich. Oh, Glückbreit von mir. Verdammt. Eine neue Verzauberung. Das ist schön. Ich brauche aber... ... als Sockel. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Ich kann ja noch einmal probieren. Glückbreit von mir. Klar. Natürlich ist jetzt alles weg. Ich brauche Sie etwas. Glück ist auf Ihrer Seite. Denn auch noch. Was kann ich für Sie tun? Du kannst mir einen neuen Sockel herstellen. Glück ist auf Ihrer Seite. Wir haben genug Geld. Machen Sie es gut und hart. Das Glück ist Ihnen Holz. Machen Sie es. Sogar zwei. Cool. Da kann ich ja noch einen Edelstein mit draufhauen. Haben wir denn hier noch Edelsteine? Nein. Der Estoc benötigt Magie 11. Jetzt haben wir aber die 10. Hm. Verdammt. Ich kann ja... ... in der Angriff. Ob ich 3. Attribut Magie. Rüstung. Schaden. Feuer. 3. Attribut Magie. Attribut Geschicklichkeit. Rüstung. Magie. Magie. Bis 4. Das kann ich dann gleich mal hier mit drauf machen. Und dann dürften wir eigentlich den Estoc führen dürfen. Ja? Dürfen wir? Ja, wir dürfen den Estoc mit uns rumschleppen. Ein Tüchtig-Schwert für uns. So, jetzt Estoc. Und er leuchtet in einer Flamme. Wir haben ein Flammeschwert. Gleich mal verzaubern. Mal gucken, was passiert. Glück prallt von Ihnen ab. Nichts ist passiert. Nein, nicht. Nicht fallen lassen. Machen Sie es gut. Guten Tag. Nee, den will ich da gar nicht. Den Estoc. Das Glück ist Ihnen heute. In Ordnung. Guten Tag. Ja. Verzaubern. Glück prallt von Ihnen ab. Tüten Sie. Immer noch nichts. Es muss doch noch irgendwas kommen. Sie haben kein Glück. Auf Wiedersehen. Jetzt leuchtet er nicht mehr rot. Mal gucken, vielleicht kann ich das ja wieder zurück erhalten. Indem ich einfach hier hinterher irgendwelche Zaubersprüche verpflege. Glück prallt von Ihnen ab. Ja, vor Pflege. So, man muss doch noch irgendein cooler Buff kommen. Glück prallt von Ihnen ab. Tüten Sie. Weck Sie. Guten Tag. Das Glück ist Ihnen heute. Tüten Sie. Weißt du, jetzt habe ich unser schönes... Äh, Mist. Jetzt habe ich unser schönes... Flammähnliches etwas... Entfernen lassen. Das ist schade. Das Glück ist Ihnen heute. In Ordnung. Und teilt es vielleicht. Zehn Prozent, dass es entzaubert wird. Also langsam. In Ordnung. Was kann ich nicht? Das Glück ist Ihnen heute. Ich glaube, lass das jetzt auch mal. Und guck mal nach ein paar Steinen, die uns ein bisschen was bescheren. Feuerschaden. Feuerresistenz. Oh, na. Oh, Rüstung. Warte gut. Geschicklichkeit. Hm. Das können wir ja mal hier draufhauen. Haben wir ein Rüstungsdurchdringendes Schwert und... Dann noch... Dann könnten wir noch... Yes. Schaden. Den könnten wir auch nehmen. Der ist auch gut. Jetzt haben wir nämlich... Jetzt haben wir nämlich... Einen grünen Buff drauf. Nämlich Gift. Jetzt leuchtet unser Schwert grün. Zwar nicht mehr so schön... Orange. Rot. Wie vorher. Das kann ich für Sie tun. Aber... Hier können wir uns nochmal ein paar Karten kaufen. Die kann ich dann wieder in der nächsten Folge ausprobieren. Tschüss. Und... Ja. Das wird uns allen riesen Spaß machen. Mal gucken, wo es denn hingeht. Ich könnte aber auch... Schon eine Karte... In dieser Runde austesten. Ja. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Vielleicht an einen gar neuen Ort. An einen Ort, an dem wir noch nie waren. Aber das... Bleibt abzuwarten. Weil wir... Jetzt durch das Portal schlüpfen. Und endlich... In eine Ebene gelangen. Die wir noch nie... Zuvor kannten. Oder auch nicht. Und wir haben jetzt ein cooles Schwert. Zwar ist es nicht mehr orange, was ich schon sagte. Aber... Es leuchtet grün. Das ist auch was einzigartiges. Weil es giftig ist. Und die Musik verfinstert sich. Wo können wir nur hingelangen? Alte Festung. Hier waren wir schon einmal. In der alten Festung. Damals hat man uns vernichtend geschlagen. Und der Zwergenunheil kommt mir bekannt vor. Und das mechanische Konstrukt auch. Nur diesmal werden wir nicht scheitern. Diesmal nicht. Wir bekommen erstmal eine epische Lederweste. Und die Musik verwandelt sich in eine Ruhmreiche. Sie klingt heldenhaft. Die Musik in Totschleid ist gut gewählt. Ich höre immer wieder gerne bei den Liedern zu. Sie klingt heldenhaft. Als wäre die alte Festung damals Schauplatz eines großartigen epischen Kampfes geworden. Wir wissen es nicht. Denn wir sind nur dazu da. Um die Verderbtheit auszurotten. Ich kam gerade nicht auf das Wort. Aber diese Zwergenunheilte stellen für uns kein Problem dar. Wir waren hier zwar schon. Aber diesmal werden wir mehr erkunden als letztes Mal. denn letztes Mal sind wir unglücklicherweise rausgeflogen. Weil wir von unserem Egoismus übermannt wurden. Und uns gedacht haben. Ja. Heiltränke. Wofür? Sind wir dann in Totschleid wieder erwacht. Aber diesmal sind wir wieder in der alten Festung. Und lassen uns diesmal hier nicht heraus katapultieren. Diesmal werden wir Tränkeweise einsetzen. Und auch so werden wir vorsichtiger vorsichtiger sein. Um hier so lange wie möglich zu überleben. Und das Gute daran ist wir haben diesmal unseren Schattenschützen. Ohne den wären wir so manchmal in manchen Situationen komplett aufgeschmissen gewesen. Ja. Er sieht auch so wie Krieg aus Darksiders. Das kann ich nur immer mal wieder sagen. Und in der nächsten Folge werde ich werden wir hier erkunden. auch vorher verprügele ich nochmal diese Zwergen und Hülde. Deshalb sage ich jetzt schon mal den Kampfbogen haben wir gerade gekriegt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Totschleid. Wenn es heißt wir erkunden die alte Festung. Danke fürs Zusehen. Zwergen 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 Zwergen